Das Risse-See-Hotel hat 165 Zimmer. Wir haben ungefähr knapp 140 Mitarbeiter bei uns im Haus. Wir haben einen großen See mit dabei, wir haben eine Forstwirtschaft dabei, wir haben zwei wunderschöne Restaurants, wir haben einen kleinen schönen Wellnessbereich dabei, ein reines Aktiv-Sporthotel, was durchaus von allen Generationen und von allen Firmen einfach genutzt wird. Ein ganz großer Vorteil ist einfach die Automatisierung, die mit Scobee so möglich ist, dass halt einfach die Prozesse wirklich automatisiert laufen. Ob es jetzt direkt in der Finanzbuchhaltung ist, über die Kreditoren, über die Debitoren, über das Online-Banking, über das Rechnungseingangsbuch haben wir natürlich auch. Und dadurch kommt auch einfach der zweite Vorteil zusammen und das ist einfach die Prozessoptimierung dadurch einfach. Weil wenn die Rechnung reingeht, dass der ganze Verlauf einfach einwandfrei ist, man kein Papier mehr hat und jetzt dann auch in Zukunft natürlich auch die XML-Rechnungen, hier ist natürlich auch ganz klar rauskommen durch die Einzelpositionsbuchungen, die einen ganz, ganz großen Mehrwert haben wird. Und ja, das ist natürlich das Gesamtpaket von Scobee so auch die Cloud-basierte Variante, dass man einfach sagt, man kann einfach von überall auf die Daten, auf das Dokumentmanagementsystem darauf zugreifen. Ich kann mir alle Daten, alle Rechnungen ziehen und habe damit einfach ein komplettes Paket und bin immer on-air und bekomme alles mit. Und das ist natürlich auch ein paar Mal.